Wie lange habt ihr in der Schlange gewartet? Eineinhalb Stunden. Würdet ihr sagen, es hat sich gelohnt? Auf jeden Fall. Dafür, dass es gratis war. Alle, die hinter mir stehen, warten auf das gratis Cheesecake Tasting in Marriott. Aber das ist nicht alles. Das ist auch noch nicht alles. Das war jetzt auch noch nicht alles. Jetzt sind wir am Ende der Schlange. Ein Wahnsinn. Ich war ganz überrascht, dass eigentlich eine ganze Schlange ums Eck schon steht. Den Tipp habe ich von meiner Tochter bekommen, weil die geht nämlich jedes Jahr zweimal. Das ist mein Lieblingskuchen. Also das Cheesecake ist mein Lieblingskuchen. Ich hoffe, dass wir genug bekommen, damit wir nicht für den Rest des Tages essen müssen. Wir haben noch kein Frühstück gehabt. Wir warten wirklich auf das. Free Cheesecake. Sehr spannend. Wie ihr seht, der Teller ist leer. Mein Bauch ist randvoll. Es war super lecker. Mein Lieblingskuchen ist der No-Bake Erdbeer-Vanille. Und jetzt fragen wir die Gäste, was ihnen am besten geschmeckt hat. Erdbeer-Vanille war ganz gut. Espresso-Martini hat mir auch sehr gut geschmeckt. Espresso-Martini und Passionfruit-Lime. Ich stehe auch zwischen Passionfruit-Lime und Erdbeer-Vanille. Espresso-Martini. Mein Lieblingskuchen war der Schokolade. Es war so lecker, aber jetzt bin ich auf der Diät. Und ich bekomme nicht so viele Süße. Eine Stunde nachdem das Event begonnen hat, steht die Schlange immer noch. Wir haben mit der Chefkandidatin gesprochen und sie hat uns verraten, was die Cheesecake in Marriott besonders ausmacht. Mehr liest ihr im Artikel auf heute.at. Das war's. Das war's. Wenn Sie nicht in Marriott stehen, können Sie die Gäste auf heute schäden,